Wie so ein Viertklässler, der das Butterbrot vergessen hat. So läuft der da. So, nächste Übung. Auf den Rücken setzen. Setz auf den Rücken. Den Rucksack, Alter. Ich dreh gleich weg hier. Das ist so ein Jetpack, wenn ich jetzt hier dran ziehe. Ja, genau. Dann fliegst du hoch. Dumme Leute, echt. So, zwölf Kilometer. Komm, abwärts. Was guckst du? Autoschlüssel. Die Autoschlüssel laufen, Junge. Wohin? Um Platz. Gehe Liegestütz. Liegestütz. In den Liegestütz gehen. Kannst du das, oder was? So. In Liegestütz. Alter, so macht noch nie mal eine Frau Liegestütz. Jetzt mach mal richtig. So, und dann pump mal einen. Komm. Noch einen. Mach. So. Wie so ein Dach steht er da. Alter. Schnipschen. Hält nicht die Scheiße da. So. Runter im Liegestütz. Pinnicken im Mund. Saufen. Nächster. Auf geht's. Komm. Ja, geht doch. Siehst du? Muss da ein bisschen Zaubertrank rein, dann funktioniert's. Ne? Geil. Toter Mann. So, Alberto Tomba Gedächtnis-Slalom. Jetzt hier mit Kreisliga-Legende. Ja. Entschuldigung. So. Boah. Du hast dich schlimmer als den Zweikampf. So, pass auf. Slalom. Fesschen ist noch drinnen hinten. Slalom. Dann bitte hier zwischen den Zweien mit Torabschluss, bitte. Soll ich in Winkel oder egal wo? Du sollst erstmal versuchen überhaupt das Tor zu treffen. Meine Fresse. Komm, mach auf. Slalom. Ich sag noch, ey. Trifft das Tor. Scheiße, du. Der Trainer nicht hinguckt. Klappt immer alles. Hier. Scheißdreck hier. Ich glaub, bei dir rallert's in der Birne oder was? Dann schießt du den Ball übers Vor und nimmst den Neun oder was? Ja, der ist weiß. Da trifft man besser mit. Dann ist mir doch scheißegal, ob der weiß ist. Kann ich nicht? Sieh zu, dass du dein Ding da hinten holst. Kennst du so Enden, die gerade geleicht haben? Wie man so laufen kann? Wenn der sich so hinstellt, ne? Dem kannst du den Ball durch die Füße, durch die Knie durchschießen. Wie läuft Ronaldo? Komm, mach mal vor, bitte. Der stellt sich erst so hin. Und dann? So macht der. So mach ich das auch. Ich hab gemeint, der hat diesen fetten Ronaldo gemeint. Der ist ja zwei, ne? fine ... Ei ... Ei ... T. D. Da. Let growth of the fanboy lounge for in the Faster team. ARD Text im Auftrag von Funk